hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video leute heute soll es mal um den event server gehen aber vorab erst mal ich würde gerne mal fragen ihr habt ja jetzt schon länger nichts mehr von mir gehört das liegt auch einfach daran dass ich auf griefergames so keine idee mehr was ich jetzt hochladen kann und ich will nicht immer dasselbe hochladen deswegen wollte ich euch mal fragen was wollt ihr so sehen wollt ihr von mir fortnight sehen wollt ihr von mir kauf zu gesehen was wollt ihr sehen naja auf jeden fall leute wir legen jetzt erstmal los ihr kennt das sicherlich alle den griefergames event server der jetzt hier einrichtet wurde schon vor ein paar wochen tut mir leid falls es jetzt legt wir gehen mal wieder auf den city build mit das hier nicht so leute leute also auf jeden fall ich habe mitbekommen von team mitgliedern dass dieser city server hauptsächlich für ich sag mal für größere events gedacht sein soll sagt ja schon der name leute aber für wen ist er gedacht er ist hauptsächlich für diese für griefergames youtuber gedacht die denn immer die eine sehr hohe reichwerte haben und wo dann wirklich viele leute auf den server kommen und nehmen auch fashion so dass diese spieler nicht mehr normal spielen können und diese leute die so ein event planen oder durchführen wollen sollen das besonders auf diesem server machen oder falls ab geht es mal wieder money drop machen will also sollte das darauf machen ich habe auch so mit weit mitbekommen dass auf diesem server über 2000 slots sein sollen wenn nicht sogar noch mehr was eigentlich schon heftig ist und das ist deshalb was natürlich auch für große clans da die jetzt eine gewisse reichweite haben zum beispiel für die dream army die jetzt sage ich mal wenn die ein event machen dass die anderen nur weiter spielen können und das ist city belegt weil 100 leute auf einem fleck sind und ja leute das würde ich einfach mal ganz kurz zu diesem server sage ich mal gesagt haben dann würde ich sagen wenn ich dieses kleine info video gefallen hat könnt ihr gerne mal like ab oder lassen würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao